So, da sind wir wieder, Reifinger LP bei Dirt Showdown. Ne, warte mal, das sind ja Blöcke. Haha, Minecraft. Ja, der war flach. Und zwar, ähm, Schafe, Schafe, Schafe. Wir haben das letzte Mal dieses tolle Säge gebaut. Äh, die ganze Folge gebraucht, weil... Ich selber nicht auf die Reihe bekommen hab, genug Wolle zusammen zu bekommen. Komm, spring mal ins Wasser. Ja, Arschbombe. Ähm, ich brauch mehr Schafswolle. Und irgendwie brauch ich eine effektivere Schafsfarm. Aber, dass ich jetzt nur wegen diesen Segeln hier, äh, mehr Schafe baue, in Anführungszeichen, hab ich jetzt nicht vor. Hier, was macht der Creeper da drin? In meiner tollen Farm. Schau mal raus hier, Kollege, komm. Genau, weil hier ein bisschen das Freie, wo ich dich auch nicht abschlachten kann. Wo du mich auf den Sack gehen kannst. So. Und die Tür natürlich wieder zu machen. Ordnung muss sein. So, Schafswolle. Brauchen wir auf jeden Fall viel mehr. Ich habe die letzte Runde sich schon lieben lassen. Ja, haha, aber das wird abhaune Sau, ne? Ähm, hat auch, ähm, wieder neue, kleine Babyschafe gegeben. Aber anscheinend sind die noch nicht so Wollfreudig, wie ich mir das vorstelle. Soll ich jetzt 19? Ah, 19 ist doch eine gute Zahl, oder? 19 kann man doch nicht sagen, ey. Warum komme ich eigentlich nicht mal in den Zaun, die Behinderte, ey? Ich bin Mr. Minecraft himself und ich komme nicht mehr in den Zaun rüber, ey. So. Ah, komm. Zwei haben noch gewollt. Dann müssen wir nochmal schnell kurz ran hier an die Wolle. Und schwa? Die müssen uns noch holen. Hat irgendwer noch Wolle für mich? Nein. Was macht ihr? Jetzt steht ja alle da in den Tor um mit dem Verarschen. Ich bin voll ausgedrickst, ne? Okay, zurück zum Schiff, zurück zur Wolle, zurück zum Segel. Das heißt, diese Segel hier müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser anders bauen, weil das ist ja viel höher, der Mast, wie ihr seht. Der vordere ist ein bisschen kleiner, das heißt, da habe ich fünf gemacht. Mal gucken, ob ich hier genauso bauen werde. Ich denke mal ja. Wow. Aber ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe hier. Und zwar von ein paar Blöcken. Na. So. Und zwar hier. Ne, ich komme immer noch nicht hin. Dann müssen wir die Hüpf-Methode nehmen. Okay. Und hier bauen wir dann auch mal welche. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfall. Und hier vorne welche ran machen. Das ist nämlich genau... Ich glaube, ich baue in die falsche Richtung. Das war natürlich auch sehr intelligent. Der Wind kommt nicht beim hinteren Segel von vorne, beim anderen von hinten. Nein. Das ist irgendwie ein bisschen bescheuert, was ich hier gerade mache. Oh, komm, ich auch noch nie. Und ja. Okay. Achso, das haben wir vorhin gelernt. Geht der hiermit viel schneller. Habe ich mich doch glatt verbaut. Gut. Kommt aber vor, nicht wahr? Und die Wolle nehmen wir natürlich mit. Nicht, dass die hier irgendwie verschwindet. Hier draußen liegt keine Wolle. Gut. So, und dann hüpfen wir jetzt nochmal hoch. Holz haben wir ja auch genug, falls wir wieder was bauen wollen, wie ihr seht. Und hier habe ich noch 15 mal Wolle. Das sollte doch einigermaßen klappen hier. So, 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 so. Oh, shit. Doch zu wenig Wolle. Mensch, ich dachte, das reicht. Habe ich mal wieder nicht mitgerechnet. Okay, von der Höhe her würde ich sagen, lassen wir das auch, das Segel auch drei, genau, hier. Hier irgendwo, Moment. Eins, zwei, drei. Hier muss es aufhören, dass es einfach parallel ist mit dem anderen. In derselben Form aber auch. So, jetzt geht es wieder an die Schafe ran. Blub. Wir können in der Zwischenzeit mal ein bisschen Melone futtern. Während wir im Wasser rumschwimmen, futtern wir Melone. Auch nicht schlecht, ne? Ist ja wie im Urlaub hier. Ich frage jetzt nur, wie warm die Melone ist, die ich schon seit ca. 24 Stunden mit mir rumtrage. Schmeckt bestimmt richtig, richtig lecker, so. So. Mensch, Schafe, gib mir mehr Wolle. Kann doch nicht wahr sein. Schnipp, schnapp. Na. Zumindest kriegen wir damit, dass eine Säge sollten wir fast fertig kriegen, oder? Wie viel? Sechs. Ah, von dir sehe ich es leider nicht. Was habe ich denn gehabt? Ich glaube, vier Reihen. Zwei. Das könnte genau hin, oder? Und ich glaube, eine Reihe fehlt, glaube ich, noch. Oh, super, eins. Scheiße. Hm. Schlafen legen kann ich mich auch nicht, weil es nicht dunkel ist. Sonst hätte ich gesagt, dann gebe ich den Schafen mal ein bisschen Zeit für die Wolle. Schau mal, sehe ich das von hier. Ah, ich glaube, ich brauche noch eins, dann aber vier sind fünf und zwei brauche ich, ne? Zwei brauche ich noch. Komm, irgendein Schaf musst du jetzt hier mal ein bisschen Wolle abgeben. So. Schafen, schau mich an. Produzier, schau mich an. Du blöde Kuh. Hier. Hey. Jetzt rennst du weg, ne? Feigling. Blub, blub, blub. Genau, schau mich an. Produzier Wolle. Wolle. Lass dir Wolle wachsen. Hopp. Na gut, egal. Dann eben du. Was macht ihr denn jetzt hier alle am Ausgang, ey? Ihr habt doch alle einen an der Waffel, ey. Ich will doch nicht, dass ihr da rausgeht. Schnell die Schafe verarscht. Komm, irgendwer wird doch jetzt noch ein bisschen Wolle. Was machst du da draußen? Aha, du hast dich da rausgepackt und bist trotzdem wieder drin. Auch nicht schlecht, ey. Komm, irgendwer noch sonst hier, ihr Arsch an Arsch hier? Oder macht sich irgendwer noch Fahnen in der Zwischenzeit vielleicht? Da vielleicht ein bisschen jemand Bock drauf? Bisschen sexy time hier. Mach mal ein paar kleine Schafe, komm. Mehr gibt's doch gar nicht mehr hier, oder? Ja, dass die Kühle da drüben völlig durchdurchtet, waren wir Klamm. Komm, ich da klau mal ein bisschen. So, jetzt, nee, nee, hier ist genug, jetzt hier. Jetzt, ich brauche eigentlich nur Wolle. Guck mal, wie ihr abgegangen seid, ihr vier Stück, ey. Heiliger Stoß, kann da drüben auch noch, ey. Was ist denn hier los, hier? Was ist da los auf meiner Farm? Was ist da los, würde der Herr Ludwig sagen. So, wir sind um nicht bei Lothrix und wir machen auch keine Scheiß-Videos, sondern wir machen Minecraft-Videos. Gott, war der gut, ey. Ich sollte Comedian werden. So, die erste Hälfte meines Segels sollten wir mit dem paar Wolle-Stückchen dann eigentlich schaffen, aber ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich zwei Folgen brauche, um diese beschissenen, nee, drei sogar, für das erste Segel, um diese komischen Wollsegel dahin zu basteln. Naja, nobody's perfect. Schaut dazu aus, als wäre es doch so. Und hier, zack, zack, und da. Warum fange ich euch in meinem linken Segel an? Das sehe ich so schlecht von da draußen. Doch, ich glaube, ich muss mich erst mal daran gewöhnen. Hier vorne bin ich auch daran gewöhnt, das passt schon irgendwie, oder? Was sagt ihr, meine lieben Zuschauer, passt das, passt das nicht? Ich bin eigentlich... Ach, das geht schon, komm, oder? Also bitte. Von hier oben sieht es eigentlich ganz normal aus, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also für so ein Segel auf einem Boot finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, das sieht nur so komisch aus, weil da auf der anderen Seite nichts ist. Nein. Komm ich da hin? Yay. Nee, ich habe es sogar richtig gemacht. Dachte schon, ich habe jetzt schon wieder einen Fehler gemacht. Zum Glück nicht, nein. Wow. Naja, gut, ein bisschen abstürzen gehört auch dazu. Ich stürze ja alle Regeln, bis ich habe am Wochenende dann eine Wechsel. Da darf ich auch mal hier von so einem Segel fallen. Oder von so einem Mast. Und wir klettern so ein bisschen auf den Zaun rum, ne? Also jetzt komme ich natürlich wieder nicht hoch. Schade. Schöner Sprung übrigens, ist da vorne von mir gewesen. Eigenlob an mich. So, was machen wir denn jetzt mit den Schafen und mit meiner Farm? Da werde ich ja nicht glücklich. Ich würde sagen, ich sollte irgendeine andere Mission anfangen. Und warten, bis die Schafe hier ein bisschen wollen. Wollen in doppeldeutigem Sinne. Hier habe ich... Hier ist die Kisten hier drin, ne? Schlafen kann ich auch nicht. Es ist nicht dunkel. Toll. So, mal schauen. Ein bisschen Wolle können wir ja schon mal abgreifen. Werdet mal erwachsen, Schafe. Wachst mal bitte für mich hier. Also nicht wachst mal Kreide, sondern wachst mal. Ja, egal. Ah, noch mehr Wolle. Gleich mal wieder abziehen die Wolle. Ey, ey, ey. Schau, bloß, dass du hier bleibst. Habe rein mit dir. Nein. Der Wien, bach dir jetzt hier alle durch die Tür, oder was? Ihr könnt mich so hardcore, ey. Schaf muss leider dran glauben. Sorry, Schaf, aber wenn du hier flüchten willst, so nicht, mein Freund. So nicht. Was ist da drin schon wieder los, ey? Warum geht's da so... Was mache ich eben mit den ganzen Schweinen hier? Komm, Schweine können wir auch mal wieder ein paar züchten. Der Stall ist so riesig, aber da ist irgendwie kein Schwein drin. Wie witzig, kein Schwein drin. Okay. Komm, hier. Lauf. Hier. Willst du nicht? Hä? Seit wann mögen Schweine kein, äh... Hä? What the fuck? Was ist da los? Wo würden wir euch los schweinen? Warum seid ihr nicht total in Ordnung mit mir hier, wenn ich das Zeug rumlaufe? Hä? Gerade verstehe ich nicht. Guck mal, die anderen drehen doch auch völlig am Rad, wenn ich das mache. Oh, geht das nicht. Oh, die wollen ja auch alle hier. Und die Kühe, die stehen auch drauf. Wo ist da andere Laufkuh hier, die noch nicht, die noch nicht hat? Da. Komisch, was ist mit einem Schwein los? Warum steht ihr nicht mehr hier auf dieses Zeug, sagt mal? Was ist da los? Ist da was kaputt gepatcht, oder was? Wie muss ich denn die Schweine züchten? Okay, wieder was, was ich bis zur nächsten Folge rausfinden muss. Warum geht meine Schweinezucht nicht mehr? Ich könnte mal alle Schweine... Oh, ist ja dunkel. Ich könnte alle Schweine mal abschlachten, einfach so massakermäßig. Nein, aber wir können uns jetzt lieber um Wolle, Wolle. Ja, wir werden dann doch noch ein bisschen Wolle farben hier in dieser Folge. Anders als gedacht. Aber wenn die hier so fleißig am Wolle wachsen, Fell, ihr wisst schon, tralala sind. Dann nehmen wir die noch mal mit hier, bevor wir dann schlafen gehen. Na. Zu die Tür, zu die Tür. Guck mal. Voll drin hängen geblieben, ey. Blödes Schaf. Passt mich alles anzugucken, das ist ja selber schuld. So, wir verkriechen uns mal in unserer Höhle und sagen mal, gute Nacht. Wir schlafen. Du kannst nur nachts schlafen, richtig. Ist ja auch nachts. Blödes Schaf, Biele. So. Mal aufpassen hier. Nicht, dass da draußen irgendwie was rumhängt. So, Creeper Mask oder so. Vielleicht halt hochklettern, ja, ne. Keine Ahnung, warum ich da jetzt hochklettern. Fragt mich bitte nicht, ey. Ich hatte einfach Bock. So, weil ein bisschen die Aussicht genießen auf meine Farben von so. Gar sind Graszeug hier weg, Mann. Wobei es sind ja eigentlich Blätter vom Baum. Hier, den Baum können wir eigentlich auch mal fällen hier, oder? Dann haben wir hier die Scheiße mit dem... Problem mit den Blättern nicht mehr. Und auch nicht mit den Ranken. Oder? Das ist Wahnsinn. Ne, da ist noch einer. Oh, der ist zu riesig. Auf den habe ich jetzt keinen Bock. Aber hier komme ich irgendwo runter, ohne großartig Schaden zu nehmen. Irgendwie nicht, ne? Nein! Oh, doch. Diese Ranke hat mir geholfen. Super. Ha! Smooth... Smooth Abstieg, würde ich mal sagen. Warum bin ich da überhaupt hochgelaufen? Keine Ahnung. Wollte ich mir da irgendwas beweisen, wie cool ich bin. Durch meine heldenhaften Taten hier. Oh! Ist es wieder rausgepackt, oder warum stehst du hier so komisch am Zaun? Hat der Kopf da irgendwie im Zaun hängen, oder? Ich verstehe es nicht, ey. Ich verstehe euch alle nicht, Schafe. Warum wird denn alle raus hier auf einmal? Was denn los mit euch? Können mich alle mal, ey. Blöden Scheißviecher, ey. Jetzt wird es wieder rein, ne? Gib es zu. Guck mal, guck mal, Schafe. Ja, was stimmt doch hier nicht mit euch? Blöde Truppe, ey. Und du, ey, kannst mich sowieso am Arsch wecken, ey. So, jetzt wird geschoren. Was ist das Zeug, ey, hier? An die beiden Schafe da draußen gehen wir gar nicht auf den Sack. Überhaupt nicht, ey. Ich verstehe immer gar nicht. Was habe ich denn? Ich habe doch... Geht weg da, vom Zaun. Warum stehen doch eigentlich alle an der Tür rum, ey? Was ist da los? Warum gibt es ja an der Tür irgendwelche speziellen Sachen oder so? Ist da was besonders? Verratet es mir, ihr blöden Schafe. Ihr müsst leider beide sterben jetzt. Weil ihr hier draußen nichts zu suchen habt, ey. Ihr blöden... Blöden Dinger, ey. So, und die Schafe... Äh, die Spanier vielleicht jetzt wieder ein bisschen hier? Nö, das sehen wir noch nicht. Verstehe ich nicht. So, so. Alles geschoren hier drin, auch ein paar gekillt. Okay, so muss es manchmal sein. Äh, so ist es eben in der Natur, ja. Der stärkere... Also ich. Tja, frisst halt dann den kleineren oder den schwächeren. So, ein bisschen apropos fressen, ein bisschen Melone reinschaufeln. Schadet nie. Und jetzt gucken wir mal, ob man mit den 34 wolle... Ja, das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Hier noch in dieser Folge das Segel zu Ende kriegen. Das wäre doch ein feiner Move. Dann müssen wir aber wieder ein Stück hier hoch, würde ich sagen. Weil sonst kriegen wir das wieder nicht hin. Und dann nach vorne bauen, war doch der Trick, oder? Genau. Und, na, kriege ich... Ja, scheiße. Das kriege ich so wahrscheinlich nicht hin. Ah doch, hat geklappt. Wunderbar. Will ich mich gar nicht beschweren. Hat er geklappt? Das klappt wahrscheinlich so nicht mehr. So. Und hier noch. Nein! Verbaut. Wie oft mir das schon passiert ist in meiner großen Minecraft-Karriere, dass ich mich irgendwie total verbaut habe, geht mir gar nicht um den Sack. So. Und nun? Wobei die Fälle sind so einfach zu treffen und trotzdem schafft man das immer wieder, hier sich zu verklicken. Zumindest schaffe ich das immer wieder, mich zu verklicken. So. Dann hätten wir das auch geschafft hier. Jetzt fehlt nur noch das unterste Segel. Also die hier am Ende, meine ich. Tada! Wir haben es geschafft. So. Dann würde ich sagen, springen wir mal hier rüber. Nochmal kurz ins Wasser. Yay! Splish, splash. We're making the best. Und jetzt, nach dieser tollen kurzen Sangeinlage, schauen wir mal auf unser Endprodukt. So schaut's aus. Das sind unsere Segel. Ich weiß nicht ganz, ob das hintere Segel nicht ein bisschen kacke aussieht. Hm. Vielleicht ist es wieder so eine Gewöhnungssache. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen, dass ich das so gebaut habe, weil vorher war es nicht da. Und eigentlich von der Seite her, macht es einen guten Eindruck. Jetzt schauen wir nochmal von hinten, wie die diese Wölbung da aussieht. Komm, schocken wir nochmal hier rüber und gucken mal rein. Ich würde sagen, man erkennt, was es sein soll. So dumm sind die gar nicht. Und als nächstes kümmern wir uns hier mal um das Hütchen von den lieben Käpt'n, was ja ich bin oder der Kabelierpirat. Ich bedanke mich fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.